Wie sorge ich für die Ausbildung meiner Kinder? Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie als Kind mal werden wollten? Sie mussten hart dafür arbeiten, sich ins Zeug legen und nun wünschen Sie sich natürlich die beste Ausbildung für Ihre Kinder, obwohl es Ihrem Geldbeutel wehtun wird. Fangen Sie also rechtzeitig an, diese Ausgaben einzuplanen, solange Ihre Kinder noch klein sind. Wie können Sie planen? Geld sparen? Eine kapitalbildende Versicherung abschließen? Für ein Stipendium bewerben? Einen Kredit aufnehmen? Wenn Sie Ihre Ausgaben jeden Monat etwas kürzen, haben Sie mit der Zeit genug gespart, ohne dass Sie es merken. Sie haben sogar auch die Möglichkeit, eine Versicherung abzuschließen, um sich abzusichern, dass Ihr Kind die richtige Ausbildung erhält. Nicht alles muss gespart sein. Denken Sie daran, dass es viele, sowohl private als auch staatliche Hilfsprogramme für das Studium gibt. Wenn Sie eine kinderreiche Familie haben oder Ihr Kind begabt ist und immer die besten Noten mit nach Hause bringt, ist es wahrscheinlich, dass er Sie sich für ein Stipendium bewerben kann. Also, vermitteln Sie Ihren Kindern, wie wichtig es ist, ihre Fähigkeiten und Talente optimal zu nutzen, damit Ihnen keine Chance entgeht. Und wenn dann der Moment gekommen ist und Sie nicht über das notwendige Geld verfügen, können Sie immer noch ein Studiendarlehen aufnehmen. Ein solches hat meist niedrigere Zinsen als ein Kredit. Sie können sogar bessere Bedingungen erzielen, wenn der Student das Darlehen selbst aufnimmt. Als Sie in dem gleichen Alter waren, haben Ihre Eltern sicher auch alles Mögliche getan, damit sie die beste Ausbildung erhielten. Heute sind Ihre Kinder an der Reihe, sich anzustrengen, damit Ihre Träume wahr werden. Fangen Sie schon jetzt an, die Vorsorge für eine qualifizierte Ausbildung Ihrer Kinder zu treffen.